Hallo! Immer mehr Menschen gehen mit Smartphones und Tablets ins Internet und deren Gewohnheiten unterscheiden sich von dem eines Desktop-Nutzers. Lange Artikel auf dem Smartphone zu lesen ist mühsam und viele Nutzer verlassen die Seite wieder, bevor sie zu aktionsorientierten Inhalten wie den Angeboten oder Buttons oder weiterführenden Links kommen. Für die User Experience und für unsere Conversion Rate ist das schlecht und hier setzt Responsive Content an. Während eine Responsive Website, also eine mit Responsive Design ausgestattete Website, nur einzelne Elemente aus der Sidebar zum Beispiel verschiebt oder ausblendet, komprimieren wir mit Responsive Content den Inhalt eines Artikels selbst. Gleich der Hinweis vorab, diese Form des Responsive Content, also die Umsetzung mit CSS, ist nur in Kombination mit einem Responsive Design möglich. Denn was wir gleich per CSS sagen werden, ist, dass unsere Zusätze nur ausgegeben werden sollen, wenn Elemente unterschiedliche maximale Breiten haben können. Aber dazu gleich mehr. Zunächst zur Theorie. Nehmen wir an, wir haben eine Webseite mit Responsive Design, das für drei verschiedene Hauptauflösungen optimiert ist. Eine ist für die Darstellung auf den klassischen Desktop-Rechnern optimiert mit Vollauflösung, eine weitere ist für die Verwendung auf vertikalen Tablets optimiert und eine weitere Auflösung für die vertikalen Smartphone-Ausgaben. Dazu schreiben wir einen Artikel, der beispielsweise über 1500 Wörter verfügt. Diese 1500 Wörter sind auf dem PC leicht und angenehm zu lesen, mit einigen Hintergründen und einigen Schachtel und Nebensätzen, die die Hauptaussage näher erklären. Ideal für den PC, wenn man Zeit hat und mehr Informationen zu einem Thema haben möchte. Der Smartphone-Nutzer hingegen ist eine faule Sau und hat häufig wenig Zeit. Ihm einen 1500 Worte langen Text hinzuknallen, durch die er sich dann durchscrollen darf, ist häufig keine so gute Idee. Was also tun? Nun, wir verschlanken den Text einfach auf das, was der Smartphone-Nutzer gerade braucht. Das heißt, wir entsaften den blumig ausgeschriebenen Text und liefern ihm den exakt gleichen Inhalt, aber in kompakterer Variante. Dazu ist es nicht notwendig, drei verschiedene Texte für drei verschiedene Geräte zu schreiben, sondern wir schreiben einen langen Text, den wir dann einfach für kleine Display-Ausgaben sozusagen kürzen. Also weg vom blumig ausgeschriebenen Stil hin zu harten Fakten. Ein Beispiel dafür habe ich bereits in ein paar Artikel eingebaut, wie diesem hier. Der Inhalt ist erstmal egal, konzentrieren wir uns nur auf die Darstellung. Wir haben hier einen Text mit einer Länge von 1100 Wörtern. Einzelne Bereiche sind blumig ausgeschrieben, und zwar so, dass sie eine Hauptaussage haben und dazu jeweils eine Erklärung zu diesem Bereich. Fokussieren wir uns also auf diesen Abschnitt, Title Tag, was ist das überhaupt? Verkleinere ich die Breite meines Browsers, passiert zunächst noch nicht viel. Doch wenn die Breite des Bildschirms so klein wird, dass es die Breite eines hochkanten Smartphones annimmt, dann setzt Responsive Content ein. Die Zwischenüberschrift H2 hat sich geändert. Das Wort überhaupt ist verschwunden, damit die Überschrift nicht unnötig eine zweite Zeile einnimmt. Und auch der nachfolgende Text ist maximal auf seine Hauptaussage reduziert worden. Damit der Smartphone-Nutzer trotzdem die Möglichkeit hat, alle Inhalte zu lesen, habe ich vor diesem Bereich einen kleinen Hinweis eingebunden. Und zwar, wechsle ins Querformat deines Smartphones, um den ganzen Artikel zu lesen. Du liest aktuell nur eine sehr abgespeckte Version des Inhalts, damit er auf deinem Smartphone leserlich ist. Verbreitere ich das Browserfenster oder drehe mein Smartphone um 90 Grad, wird der Hinweis wieder ausgeblendet. Mit diesem Effekt kann ich die Ausgabe von vorher 1100 Wörtern auf dem Rechner auf 360 Wörter auf dem Smartphone reduzieren. So, Preisfrage. Wie können wir das nun mit CSS umsetzen? Im CSS müssen nur ein paar Anweisungen mit einer Media Query gegeben werden. Media Queries sind spezielle Angaben im CSS, in die man weiteres CSS schreibt, die aber nur unter einer bestimmten Voraussetzung stattfinden soll. Und genau das werden wir hier für zwei Devices tun. Einmal speziell für Smartphones, hochkant, und einmal für andere Devices, die eine breitere Auflösung haben. Dazu brauchen wir diese Anweisung im CSS. Einen Link zum Code findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Schauen wir uns jetzt mal kurz diesen Code an. Mit diesem Admedia startet unsere Media Query. Hier geben wir ihr Anweisungen, nur auf Bildschirm eingesetzt zu werden und auch nur dann, wenn die Bildschirmbreite oder der Browser größer als 480 Pixel ist. Sollte der Bildschirm kleiner als 480 Pixel sein, werden die kommenden Angaben nicht berücksichtigt. Eine zweite Media Query dreht den Spieß dann um und wird nur dann verwendet, wenn die Breite kleiner ist als 480 Pixel. Darin definieren wir dann unsere neuen Klassen. In diesem Beispiel brauchen wir zwei. Eine Klasse, die nur auf Smartphones angezeigt wird und eine Klasse, die auf Smartphones ausgeblendet wird. Diese heißen in diesem Beispiel entsprechend Responsive Hide und Responsive Show. So, tiefere technische Details erspare ich euch hier. Wichtig ist nur zu wissen, dass die Breite noch angepasst werden kann, falls der gewünschte Effekt auf euren Seiten nicht eintreffen sollte, wenn zum Beispiel noch Außenabstände rechts und links vom Text im Design eingestellt sind. Kopieren wir ansonsten das CSS, fügen es in unsere CSS-Datei ein, laden die CSS-Datei wieder hoch und dann kann es auch schon losgehen. Gehen wir also an einen Text ran und analysieren diesen. Dazu habe ich diesen Blankoro-Text geschrieben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir Responsive Content umsetzen können. Die schnelle, aber unelegante Variante ist, wir kopieren den bisherigen Inhalt, fügen ihn einmal neu ein und setzen Diff-Elemente um beide Absätze, die jeweils mit einer entsprechenden Klasse ausgestattet werden. Dann müssen wir nur den Smartphone-Bereich kürzen, aber das heißt auch, dass wir am Ende zwei Texte online haben, von denen einer immer unsichtbar ist. Aber probieren wir das doch einfach mal aus. Dazu kopiere ich diesen Absatz, füge ihn neu ein und möchte jetzt sagen, dass das der untere Bereich mein Smartphone-Text sein soll. Das heißt, das kürze ich raus. Hier möchte ich in diesem Abschnitt nur Behauptung und Begründung haben, aber keinen Beweis. Ein Apfel ist lecker und gesund, das ist die Behauptung. Die Vitamine im Apfel stärken das Immunsystem, stärken die Abwehrkräfte und schützen uns so vor Krankheiten. Das ist die Begründung. Nicht umsonst sagt man, an apple a day keeps the doctor away. Okay, und das möchte ich hier auch raus haben, weil das ist der Beweis, den wir oben dann drin haben. So, jetzt müssen wir in den Texteditor rein. So, dann sehen wir hier die H2, die erste. Da legen wir erstmal ein Div drumherum. Und das muss ausgestattet werden mit der Klasse, Moment, Responsive Hide. Denn wir wollen ja, dass dieser Bereich nicht ausgegeben wird auf den Smartphones. So, hier unten endet er dann und dann schließe ich das Div hier. Dann mache ich einen zweiten Bereich, einen zweiten Div-Bereich mit der Klasse Responsive Show. Denn genau dieser soll ja auf Smartphones angezeigt werden, während der obere ausgeblendet werden soll. Den muss ich hier unten dann auch noch schließen. So, jetzt habe ich im visuellen Bereich immer noch alles gleich, aber im Texteditor bin ich schon mal so gerüstet, dass ich jetzt zwei Bereiche habe. Schauen wir uns das einfach mal an, indem ich erstmal abspeichere und dann auf Vorschau klicke. So, kommt die Vorschau. Jetzt habe ich hier immer noch meinen Artikel mit Dies ist eine lange Überschrift, im folgenden Abschnitt, Behauptung, Begründung und Beweis. La la la, alles drin. Wenn ich das Ganze jetzt klein ziehe, habe ich jetzt nur noch Dies ist eine Überschrift, nicht mehr die lange Überschrift. Im folgenden Abschnitt nur noch Behauptung und die Begründung, aber kein Beweis mehr. Damit habe ich den Inhalt jetzt maximal auf seine Hauptaussage reduziert und habe so Responsive Content eingesetzt. Wie aber schon gesagt, ist diese Variante nicht wirklich ganz zu empfehlen, denn was wir hier machen, ist eben einen Text immer verstecken. Das kann zu Manipulationsmutmaßungen bei Suchmaschinen in Zukunft kommen. Deswegen, wenn man sowas macht, immer nur die Texte kürzen und auf keinen Fall einen neu geschriebenen, einen anderen Text unten einbinden. Die elegantere Variante ist aber, das ist die zweite Möglichkeit, nur einen Text zu haben, also einen einzigen Text und einzelne Elemente daraus zu entfernen. Das erfordert ein bisschen mehr Training, ist aber definitiv die elegantere Lösung. Das schauen wir uns auch mal an. Also, ich lösche wieder diesen zweiten Absatz, den brauche ich nicht. Ich brauche auch dieses Diff darum nicht. Sondern ich habe jetzt wieder meinen ganz normalen Artikel, wie er vorher auch war. So, und jetzt möchte ich, dass der Begriff lange auf Smartphones nicht ausgegeben wird. Wie mache ich das? Ich nehme einfach ein Span-Element und gebe ihm die Klasse Responsive Hide. Dazu möchte ich noch, dass dieser Beweis hier ebenfalls wegkommt. Also, Span Class Responsive Hide. Und dieses Span bewegt sich bis hinten zum Punkt. Den Punkt möchte ich aber immer noch da behalten. Behauptung, Komma, Begründung, Punkt. Ein Apfel ist lecker und gesund. Die Vitamine im Apfel stärken das Immunsystem, stärken die Abwehrkräfte und schützen uns so vor Krankheiten. Ab diesem Bereich möchte ich wieder ein Span-Element einsetzen. Mit der Klasse Responsive Hide. Nicht umsonst sagt man, an apple a day keeps the dog their way. Vielen Dank. Dann muss ich hier noch auf die richtigen Punkte achten, dass die nicht mitkopiert werden. Und dann können wir uns auch schon eine Vorschau anschauen. So, der Artikel ist jetzt geladen. Das sehen wir auch. Wenn wir hier mal das Element untersuchen. Diese Überschrift. Hier haben wir jetzt, dies ist eine und dann Span-Element, Responsive Hide, lange, Überschrift. So, was passiert, wenn ich jetzt diesen Text einfach kleiner mache? Das lange verschwindet. Ich habe hier wieder nur Behauptung und Begründung ohne den Beweis. Der ist unsichtbar. Und hier habe ich ebenfalls nur eben die Behauptung und die Begründung. Hier muss man aber ein bisschen aufpassen, wie man sieht. Hier fehlt ein Leerzeichen. Also das heißt, ich brauche noch ein bisschen Training. Und zwar gehört hier das Leerzeichen hin. Dann klappt es auch. Wir können uns das ansehen, ob hier ein Element versteckt ist. Schauen wir kurz in den Chrome-Browser rein. Verschieben das Fenster hier. Hier sehen wir unsere Klasse mit Responsive Hide. Dieser Text, den findet man jetzt hier nicht vor, weil er ist ausgeblendet. Display None steht hier. Was wir jetzt noch machen können, ist dem Smartphone-User eine Information zu geben, dass er eben sein Smartphone um 90 Grad drehen soll, damit er eben mehr Inhalte sehen kann. Gehen wir also noch mal in den Artikel rein. Und schreiben zum Beispiel, an dieser Stelle möchte ich das haben. So, diesen Hinweis. Du erhältst eine komprimierte Version. Drehe dein Smartphone um 90 Grad, um mehr zu lesen. Die möchte ich jetzt, dass sie nur angezeigt wird, wenn ich die Seite mit einem Smartphone auch aufrufe. Also gehe ich in den Text rein, sage hier, Span Class Responsive Show. Das heißt, ich möchte, dass das angezeigt wird, nur wenn es auf dem Smartphone ist. Ende ist hier. Mach vielleicht hier noch ein kurzes Span. Style. Style. Nur, das ist jetzt nur für die Farbe, dass der Hinweis auch auffällig genug ist. Schauen wir es uns an. Hinweis, du erhältst eine komprimierte Version. Gehen wir auf Vorschau. Dann sehen wir jetzt hier den Hinweis nicht. Gehen wir in den Quelltext rein, dann sehen wir den Hinweis. Und zwar hier. Das heißt, er wird jetzt auftauchen, sobald ich das Fenster klein gezogen habe. Zack, ist es da. Und verschwindet wieder, wenn ich das Fenster breit ziehe. Ist also ganz einfach. Kommen wir zu der Frage, welche Inhalte sich für Responsive Content eigentlich eignen. Grundsätzlich eignet sich jeder Inhalt, der mobil einfach zu lang ist. Und das können sein Produktbeschreibungen, das können sein Beschreibungen von Dienstleistungen, insbesondere von Dienstleistungen, die man unterwegs in Anspruch nehmen will. Ich werfe mir nur mal so Wörter rein, wie Werkstätten, Restaurants, Hotels, Events, Kontaktseiten, all das jene. Dann Beschreibung von Ausstattung oder Zusatzleistung. Ganze Blogartikel könnte man in Responsive Content gestalten oder Wikis. Oder auch Inhalte mit Tabellen, wenn man ganze Spalten verstecken möchte, um die Breite der Webseite zu gewährleisten. Und eben alles, was sonst noch viel zu lang ist, um aktionsorientierte Elemente zu kommen. Wie etwa Einkaufen, Buchen oder Anfragebutton, je nachdem. Eine weitere Frage, die sich für die Bastler unter euch stellt, ist, ob es auch eine elegantere Lösung für das Lesen auf Smartphones gibt. Und ja, gibt es. Und zwar mit der Auswahl eines Dropdown-Menüs. Wenn man das mit JavaScript ein bisschen verbindet, dann kann man die Möglichkeit schaffen, eben auf dem Smartphone zu fragen, hast du jetzt im Moment Zeit? Wenn er Nein sagt, dann kriegt er nach wie vor die kompakte Information ausgeliefert. Wenn er auf Ja drückt, dann wird der Text so verändert, dass er wieder vollständig ausgegeben wird. Als wäre es die Desktop-Variente. Kommen wir noch zu den Suchmaschinen-Optimierern, die in diesem Video mehrmals aufgezuckt haben könnten, da wir ja unter Voraussetzung andere Inhalte ausliefern. Ist Responsive Content möglicherweise gefährlich, weil es Text versteckt? Ist es Cloaking? Und da kann ich alle SEOs beruhigen. Nein, es ist kein Cloaking. Cloaking bedeutet, dass man Suchmaschinen, also zum Beispiel dem Google-Bot, andere Inhalte ausliefert als dem Nutzer. Das spielt hier aber keine Rolle, denn wir geben allen Nutzern und Bots gleichzeitig die gleich komprimierten oder unkomprimierten Inhalte aus. Dass es für Google auch kein Problem ist, hat Matt Katz schon 2011 gesagt, Zitat, Ähnlich ist es, wenn jemand eure Webseite über ein Mobiltelefon abruft, zum Beispiel mit einem iPhone oder Android gerät. Dann stellt eure Webseite fest, dass es sich um einen ganz anderen User-Agent handelt. Er besitzt ganz andere Funktionen und es ist völlig in Ordnung, auf diesen User-Agent zu reagieren und ihm eine kompaktere Version eurer Webseite zu liefern, die für den kleinen Bildschirm besser geeignet ist. Es ist eher die Frage, wie stark man Inhalte komprimieren kann und ab wann man es lieber sein lassen sollte. Alle Informationen, alle Informationen des großen Artikels sollten natürlich auch in der abgespeckten Version verwendet werden, weil sonst enthalte ich dem Leser Informationen vor, die er gesucht hat und weswegen ich auch bei Suchmaschinen vielleicht gut positioniert bin. Sonst senke ich vielleicht die User-Experience und das wäre natürlich schlecht. Um also keine Abstrafung oder ein schlechteres Ranking in der Zukunft zu riskieren, liegt es natürlich in meinem höchsten Interesse, auch alle Informationen auf dem Smartphone auszugeben. Nur die blumig ausgeschriebene Formulierung, die kann ich mir bei der Ausgabe dann einsparen. Kommen wir also zum Fazit. Responsive Content ist nur in Kombination mit einem Responsive Webdesign möglich. Und ja, einen Inhalt zu einem Responsive Content zu machen, erfordert etwas mehr Übung und ist ein Mehraufwand. Dennoch bietet sich die Methode wunderbar an, um die User-Experience von mobilen Nutzern zu steigern, indem wir sie nicht mit Text erschlagen. Die User kommen schneller an aktionsorientierte Buttons und Angebote unterhalb der Artikel, was insgesamt die Conversion Rate nochmal steigern kann. Und der User selber, der freut sich, dass er schneller Informationen gefunden hat, als sich durch lange Textwüsten nochmal durchkämpfen zu müssen. Und solange man nicht einen Missbrauch versucht, sein Ranking manipulativ in Suchmaschinen zu erhöhen, sollten auch Suchmaschinen nichts gegen Responsive Content haben. Eine Win-Win-Situation also für den Leser bzw. Käufer, als auch für den Webmaster bzw. den Verkäufer. Ja, und das war es dann auch schon mit diesem Video-Tutorial zu Responsive Content. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne teilen und liken. Das würde mich sehr freuen. Weitere Video-Tutorials in den Bereichen WordPress, SEO und Online-Marketing sind auch in Zukunft geplant. Von dem her kann ich euch auch das Abo ans Herz legen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Responsive Inhalte und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.